Die Bluternte beginnt! Ach quatsch, es ist doch nach Zeit! Man tut das Signal, gibt es ja schrecklich! Wettetete! Such einen Baum und bleib dort! Da hatte ich auch so einen Idioten gestern! Ne, vorgestern! Ich dachte, ich brech weg! Wieso? Er hat sich markiert in dem Busch gehockt! Oh! Ne! Der Hunter hat den Deathgarden betreten! Was ist denn da? Ja, mit mir! Wir werden die anderen abgeben, damit wir leben können! Und ein Miner! Kannst du? Ja, klar! Der Nachdenkst ist Musik. Der Nachdenkst! Der Nachdenkst! Kannst du? Ich hätte es in deine Probleme, oder was ist los? Wieso hast du gestorben? Oh nein, 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 scheiße Ja, bei mir rollt es Ach, die auch noch nicht Ich komme nicht weg Du würdest entfüllen Nein, das laufe ich auch rein Du würdest enthüllt Ich bin vergründet, nicht bei dir Ach man, hey Ich würde gerne mal noch was abgeben So zwischendurch Nein, meine, meine, meine Ich möchte mal abgeben Er hat aufgegeben Ja, meine, meine, meine Piste ist erschienen Ich bin vergründet, nicht bei dir Gibt's ne Mine, ich hör sie. Wir haben Teammates, die laufen lieber rein, so wie ich. Zwei mal bin ich jetzt schon reingelaufen. So. Ich sollte mich mal nützlich machen. Ich weiß es. Im Weckerrand. Was für ne Neu-Über. So wie ich dem Weckerrand bin. Na du Ego-Spieler. Pass auf, da ist ne Mine, genau neben dir. Will ich nicht. Doch. Ah, ich hab... Ah, ich hab... Ja, dann hat mein Ding kaputt gemacht. Der hat da eine gestellt. Könntest du dich glaub ich mal heilen. Mhm. In der Mitte sind immer Blutdinger, die sammelt immer keiner außer mir. Komm halt nicht mit. Wieso denn hin... Weiß weg. Ich hab Blut gesammelt. Ich hab das Ding nicht mal berührt, ihr Flachpfeil. Ich hab das Ding nicht mal berührt, ihr Flachpfeil. Ich hab das Ding nicht. Ich hab das Ding nicht. Ach, das ist saugenbide. Das saugenbide. What? Nein! Bäm! Mitten rein. Okay. Nein! Ich will doch nur scheiße Blut abgeben, ich will die aus der Map raus. Oh Gott, was hast du gemacht? Ja, ne Explosion. Gerade über die Map hinaus geflogen. Hä? Jetzt bin ich ja wieder da. Stimmt, du hast recht. What? Ich hab das mal wieder recht gehabt. Du wieder. Immer. Ja, das ist ja ein klug Scheißechen. Ich weiß. Ach man, hey. Okay, ich hab Kraftkerne, ich hab normale Munition. Und ich hab nix geleistet heute. Ich hab volles Blut. Ich bin voll Einsatzbereit. Ausgang kann sich öffnen. Okay. Warum? Du wurdest enthüllt. Ja, und ich nehme wahrscheinlich gleich den weitesten Ausgang, den man kriegen kann. Will ich nicht. Ich glaub, der jagt dich. Nee! Ich werd's nicht schaffen. Ich schaff's nicht! Doch, ich schaff's. Gott. Ich hab noch ein paar Kugeln für dich abgefangen. Oh. Oh. Oh, schaff's nicht. Scheiße. Ich dachte, du liegst genau vor dem Scheißausgang und liegst am Boden, ey. Nein. Mach nix. Mach nix. Selbst wenn du im Flug oder so kriechend im Ausgang landest. Das weiß ich. Aber wenn du vorher liegst, ist scheiße. Ich spring immer. Das kann er nicht kontrollieren. So. Meine Nerven. Das dice, ich schaff's mir auch ein Überblick. Ich schaff's mir. Ich schaff's mir oben. Dasooh-M pain schaffst dass du im Veritorium als das Furcht mit einem Nicht nur ein Haus in meinem universo bible,